Mein Name ist Rolf. Mein Name ist Anke. Wir waren auf der Suche nach einer Immobilie in den Bergen und haben besucht ein Objekt, wo wir nicht nur eine Ferienwohnung, sondern auch einen Rundum-Service bekommen, der auch Vermietungen mit einbezieht und so sind wir auf das Angebot von alten Immobilien gestoßen. Ja, und ich muss sagen, wir fühlen uns hier sehr wohl betreut. Es hat uns sehr gut gefallen. Für jede Frage offen. Wir waren immer, hatten immer einen Ansprechpartner und wir sind hier wirklich sehr zufrieden. Alpenimmobilien – Ihr kompetenter Anbieter für geprüfte Ferienimmobilien in den Alpen.